Herzlich Willkommen meine Minimis zu diesem Video. Wie die paar wenigen unter euch, die sich tatsächlich Pokémon anschauen, sehen könnt, es ist wieder Pokémon. Nur ist das hier der Anfang meiner tollen... keine Ahnung... Sache. Meines tollen Herausforderungen, in dem ich versuchen werde, mit allen Pokémon einen Kill zu machen. In der Beschreibung findet ihr einen Link zu sowohl der Website, die ich nutze, um das hier zu zeigen, das Programm, wo ich das ganze spiele, das Pokémon Online, ne? Und einen Link zu clanminimis.de, zu einem Artikel oder zu einer Page, wo ihr eine Auflistung habt von allen Pokémon. Und dann werde ich bei jedem Pokémon, wo ich einen Kill gemacht habe, werde ich dann unter den Namen einen Link legen zu dem entsprechenden Video. Das Video hier hat allerdings noch einen anderen Sinn. Nämlich, ich möchte der Öffentlichkeit zeigen, so klein diese Öffentlichkeit auch ist, der ich das hier zeigen möchte. Das spielt für mich keine Rolle. Ich möchte es trotzdem an die Öffentlichkeit bringen. Wie lächerlich Overpowered Smash & Pass ist. Das ist für die Leute, die es nicht missen. Mit Generation 5 wurde sogenanntes Shell Smash, heißt die Fähigkeit, eingeführt. Shell Smash verringert deine Verteidigung und Spezialverteidigung. Allerdings erhöht es deine... also verringert es um eine Stufe. Höht allerdings Angriff, Spezialangriff, Ungeschwindigkeit um zwei Stufen. An sich hört sich das ja nach einem ganz guten Deal an. Ist es auch vor allem, dass White Herb gibt. White Herb sorgt dafür, dass Statusverringerungen verhindert werden. Also das hebt es einmal auf. Das heißt, Shell Smash plus White Herb sorgt dafür, dass ich plus zwei Angriff, plus zwei Spezialangriff und plus zwei Geschwindigkeit habe. Wenn ich dann auch noch ein Pokémon benutze, das Baton Pass hat, was dafür sorgt, dass diese Stats, Statserhöhungen übertragen werden auf mein nächstes Pokémon, habe ich eine absolut lächerlich starke Kombination. Das hier ist ein Team. Das wird hoffentlich Spaß machen. Aber ja, wir starten das Ganze hier einfach mal. Ihr seht, der Gegner benutzt Standard Rain Team. Ich habe hier meinen Deoxys und ich mache einfach Night Screen, weil ich denke mir, der wird... Naja, die Viecher greifen immer Special an. Ähm, das heißt, ich setze nochmal auf meine Staff Rocks, um, falls der Gegner einen Pokémon hat, mit Sturdy, um das zu brechen. Sturdy sorgt dafür, dass man wenigstens eine Attacke überlebt. Er trifft dann nicht mit seiner Hydro-Pumpe. Ich setze dann noch meinen Reflekt rein. Macht keinen Unterschied. Macht wirklich, glaube ich. Naja, gut, vielleicht. Ist egal. Shit happens. Ähm, das kommt auf einmal nur 80%. Äh, ja, 80% Chance benutzt. Allerdings, ja, ich habe dann hier meinen Gorbis. Ich setze mich in eine Substitute. Shell Smash rein. Ähm, White Herb. Ihr seht, ich habe plus 2 Angriff, plus 2 Spezialangriff, plus 2 Speed. Ähm, der Torn Pass. Ich habe meine Substitute. Ich habe immer noch meinen, meine, äh, Start Boni. Gehe in meinen Garadus. Und, ja, dann hat er hier sein komisches Ferroform. Das ist, es, es, das gibt einem relativ schwierige Probleme. Allerdings, wenn man es schafft, um es herumzuspielen, dann ist das Ganze kein Problem. Wie ihr seht, ich hätte, das war eigentlich nur schlecht von mir. Ich hätte direkt Taunt machen sollen. Das Set auf meinem Garadus ist, ähm, Earthquake, Stone Edge, Waterfall, Taunt. Ähm, ja, einfach nur, weil ich habe schon genug, genug Coverage mit allem anderem. Aber ja, jetzt einfach nur Bartoff, Wasserfall, ähm, mit, mit Rain. Und dann plus 2, übrigens jetzt plus 3, weil, plus 4, weil Moxie, Moxie jedes Mal, wenn ich einen Kill mache, erhöht sich mein Angriffswert und weiß. Plus, plus 4 bin ich jetzt, ähm, ja, alle geworden, schaltet. Übrigens, das hier ist Resistance, ich glaube, das spielt eine Rolle, plus 5. Ähm, das Item, das ich benutze, ist Lumberry. Einfach nur, es gibt Pokémon, die haben Prioritätsstatusse und die sind, da wäre jetzt ein bisschen blöd, aber Waterfall plus 6. Nee, doch plus 6. Und, ähm, ja, der Gegner haut einfach ab. Äh, ja, so läuft das Ganze. Ähm, ich habe hier noch ein Replay. Jetzt, warte, das schaut ganz so gut aus jetzt hier. Ähm, ja, perfekt. Ähm, so schaut jedes Spiel mit dieser Kombination aus. Ich habe, ähm, Garados und Hexorus als meine zwei Angreifer. Eigentlich reicht Garados schon. Eigentlich brauche ich nur 3 Pokémon mit dem Team. Wirklich. Ähm, zum Beispiel, ich habe, ich habe auch noch einen, ähm, Dragonair, Dragon Knight, Dragon Knight heißt es, glaube ich. Also, Dragoran und, ähm, Magnuszone habe ich auch noch drin. Und, glaubt ihr, die, die brauche ich? Ich benutze die nie. Und jetzt seht ihr hier wieder meinen Deoxys. Ich habe halt einfach meine beiden Screens reingesetzt. Gehe zu meinen Gorbis. Ähm, er, er haut mir Grassnut rein. Das macht mir nicht mal, macht mir nicht mehr genug Schaden, um meine Sub zu brechen. Das heißt, pff, ja, ich gehe halt hinter meine Sub. Ähm, er greift mich wieder an, Substitute, hält es durch. Shell Smash, NP, ähm, hab wieder meine Boni, Whitehop, wieder weg. Und jetzt kann ich rauswechseln. An der Stelle habe ich gedacht, eigentlich könnte ich jetzt wieder in Garados wechseln. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Allerdings wollte ich auch mal Hexorus zeigen. Das heißt, ich wechsle raus in mal Hexorus. Ähm, Gegner minus Shadow Ball. Ja, Hexorus bricht das Ganze. Ähm, Hexorus ist auch extrem gut. Ähm, Mold Breaker ist eine unglaublich unterschätzte Fähigkeit. Aber ihr seht schon, One-Shotted Psyana. Ähm, Hexorus hat einen Angriffswert von 800. Über 800 gerade. Ähm, an der Stelle übrigens auch Lumberry wieder. Das heißt, Status NP. Ähm, übrigens Hypnosis hat nur 60% Chance zu treffen. Also wer das benutzt und damit nicht trifft, der ist selber schön. Also er hat schon eins getroffen und ich finde, das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass er jetzt halt nicht trifft. Ähm, also hätte er getroffen, hätte er wahrscheinlich sogar eine Chance gegen mich gehabt. Aber jetzt ist das Spiel eigentlich schon wieder aus. Ähm, an der Stelle frage ich mich, was genau er macht. Er hat, glaube ich, gedacht, er könnte meinen Hexorus noch später töten. Er hat noch eine Gleichscore. Gleichscore hält einiges durch. Aber, keine Ahnung, was er sich gedacht hat. Ähm, ich meine, er hat jetzt seine Spikes. Ähm, aber ich kille jetzt einfach das. Und dadurch ist GG. Ähm, das ist eigentlich eins der wenigen Pokémon, die was gegen mich machen können. Aber ja, Outrage, One-Shot, NP. Und das war's eigentlich. Ich one-shot jetzt noch, sagen wir, der Sporter. Und dann hat er, glaube ich, noch einen Pokémon. Aber er raut wieder ab, bevor er was machen kann. Das heißt, wir haben heute einen Kill mit, äh, der Hexorus und einen mit Garathos gemacht. Bilanz für heute, zwei Kills. Ist nicht gerade so besser in zwei Replays. Aber allerdings wollte ich nur mal zeigen, wie absolut lächerlich overpowered das hier ist. Also das, persönlich finde ich, irgendwie ist Kurt verboten. Aber, ich weiß jetzt nicht, man kann es nicht einfach so rausnehmen. Ich finde es overpowered, sagt mir, was ihr meint. Also, es gibt wirklich, wirklich kaum Teams, die geil gegen was machen können. Wenn der Gegner nicht schnell realisiert, was los ist und rauswechselt in ein Pokémon, das, ähm, ähm, Rower hat und einen Plus-2-Angriff von einem Gorbis aushalten kann, dann ist er eigentlich GG. Und das, obwohl ich, ja, bei manchen Team habe ich, doch, doch, ich habe sogar den Special-Attack, aber den benutze ich nie. Naja, ähm, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, klicke die Klack, den Like-Button. Wenn nicht, klicke die Klack, den Dislike-Button. Ähm, und lasst mir so eine Reaction nehmen. Ich finde ihn immer lustig. Aber ja, schreibt einen Kommentar und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.